A new quest is available in your codex. Das ist in einem Belang schlechter. Na gut, dann hauen wir das Kronos weg, aber ich will vorher noch gucken. Hä? Es ist nichts drin, ok. Können wir das jetzt irgendwie löschen? Operator, möchtest du die Sicht? Well put together, Operator. Now get out there and cut down the... And make the Lotus proud. Du kannst dein letztes Loadout nicht löschen. Hä? Verstehe ich nicht. Modus wählen? Wahrscheinlich gilt das gar nicht für die Waffe. Kann ich hier umvorschen? Okay, da muss ich mich vor noch mal ein bisschen belesen. Das wäre nämlich echt ungünstig. Ich sag jetzt nicht. Ah, da sind sie. Das schon, die wären jetzt alle weg. Schade, na gut, dann müssen wir doch erstmal mit dem Stande kaum weitermachen. Und wir spielen Mission-Cambria. Ah ne, wir spielen die Mission. Ich glaub, die hatten wir noch nicht. in der Lage sind sie immer gleich. Soll ich gleich. Auf den Ort nehmen. Ja! Ich versuche den Stein. ich hoffe ich krieg das die bocken wenn es mal noch kurz hier rein so haben wir gut hingekriegt ach so will auch wieder zurück ich bin ja auch schon so war da noch theoretisch das gibt es nicht so groß sind da haben wir noch eine hunde die Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, hier brauchen wir noch nicht mehr da drin. Oh, oh, oh. 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 hat haben wir noch ein lüte Oh. So, hier brauchen wir uns nicht so lange aufhalten. Gehen wir erstmal zu, ooooh. So, hier brauchen wir uns nicht so lange aufhalten. So, hier brauchen wir die Daten. So, hier brauchen wir uns nicht so lange aufhalten. Wo ist der Granny, der eben hier kontrolliert ist? So, hier brauchen wir uns nicht so lange aufhalten. So, hier brauchen wir uns nicht so lange aufhalten. Das gibt es doch nicht. So, hier brauchen wir uns nicht so lange aufhalten. Ach, das hat das Wasser jetzt noch weiter absinken lassen. Okay. Dann auf zu B. Na gut, erstmal C. C ist unter uns. Wer vielleicht doch erstmal angebracht hat, zu B zu laufen. Wie kommen wir denn da hin? Jetzt mal wieder hoch, verdammt. Okay. 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 Wie? Wie kommen? Ja? Wie kommt das! Wie bananas? Wie geht es? Wie HI ist das? Wie abonniert. Hey? Ich kann es gar nicht arbeiten hier. Warum ist hier so ein Kontrollpunkt? Ist hier eine Wache irgendwo? Ich sehe zumindest keiner. Oh, ich sehe es gar nicht, ich sehe es gar nicht, ich sehe es gar nicht. darunter war nicht eine gute idee okay das war sogar noch ein paar gewesen ich habe eine große Angelegenheit, eine große Angelegenheit in deinem Weg. Das ist die Grineer. Ich bin jetzt hier. Wie treffen die mich? Wie treffen die mich? Geht's! 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 The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Keine Bewegung auszumachen Vielleicht hätte ich den eher abschnitzen sollen Nein Okay. Excellent work. A clean extraction with no alarms. Yeah. We have everything we came for. Get to extraction. Watch yourself. Grineer are on the way. Oh yeah. Die Passerdaten. Hey. Hey. Oh Gott, that was so. Oh. Oh. Ah. We sind schon länger nicht mehr mit aufgestiegen mit irgendwas, ne? Wir müssen wieder ein paar Rundehütten noch sehen. Wir müssen noch ein paar Rundehütten. So, das war's dann wieder für diese Folge. Spitz, bedanke mich. Bis dann.